Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von 7 days to die, dem wir noch die Experimente haben. Ja, in der letzten Folge haben wir hier mal ein bisschen ein paar Pläts aufgebaut, das es nicht mal gemacht. Und ich muss mal schauen, ob die nächsten Teile fertig sind. Das sollte nämlich noch nix rumgebaut werden. Ach, okay. So, dann gucken wir uns mal drinnen. Du hast gesagt, du brauchst Triebaufgames. Triebaufgames. Okay, das ist Klee, muss ich mal was befressen. Okay, das funktioniert. Sehr schlimm. Okay. Ach ja, wir haben ja kein Klee mehr drin. Ich probiere jetzt mal noch ein paar Riebaufgames rein. Ich brauch gerade selber keine. Ach, ich probiere jetzt mal noch eine Kiste. Und ich probiere mich mal mit dem Zement. Okay. 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 Ich würde sagen so, lass die mal bauen, wir kommen dann einfach mal, wir zeigen den Schirm, wo der Brammer hängt. Schön, schön. So. Schau mal direkt zum Klee aus, dann mal hier. Geht da was anderes, wenn ich das raus holen kann? So, Klee, ich glaube ich kann Klee mal. So. Moment. Da war doch noch was. Was ist denn das Trinken? Ja, nicht schlecht. Das ist ja ein Trinken, die Lassen. Oh. So. Stimmt. Oh. So. Nennst ich das? Äh. Bei. So. Ein Radley. Kann man zum Ataktik herstellen? Nein. Eget. so Oh Gott, das war schon wieder. Soll ich mal ne Tür, ne Wartor in Auftrag geben? Die wirst du bestimmt dann doch mal einsetzen, wenn es da ist. Da ist es leider? Mhm. Oh, eine Battery Bank kann man auch machen. Battery Bank... Die Frage ist nicht... Ja, es gibt nur Dürbungen. Ja, aber wie lange halt die Battery durch, frag ich mich. Ich weiß nicht. Sieht schon ein Tipp von Marenka. Mhm. Ich werde dann nicht mehr finden. Tatsächlich mal gucken soll. Pletsch. Hm. Redescript. Quest. Moment. Falsche. Bad. Hm. Oh. Was war das? Screenshot. Ich guck mir in Screenshot mal. Verdammt. Verdammt. Hm. Na Moment. Das hab ich ja noch. Oh, das kann ich ja noch gar nicht. Ja. Da fehlt mir noch das Rezept. Es fehlt mir jetzt noch für Playtraps. Ich werde das in die Worte geben. Davon haben wir auch noch ein paar. Okay, dann werde ich dir mal ein bisschen helfen, wenn ich kann. Ja. Hast du Frames? So, das müsst du machen. Oh, ich suche gerade wo die... Warte, die hast du geholt, ne? Natürlich. Ist doch alle gut. Hm. Ich bin da, ist nicht alle. Ich hab jetzt ja noch 69. Dann musst du mit dem Säule anfangen. Dann musst du mit dem... Das stimmt. Richtig. Na gut. Das muss... Irgendwie reichen auch noch Portage wessen nicht. Warum? Warum? Wir brauchen ja Portage wessen. So, wo haben wir denn hier? Wir brauchen ja auch nie. Portage. Das und das. Leder. Leder. Was ist denn? Elevon. Elevon. Du brauchst du die. Wenn man den Hattestolk noch zur nächsten Hütte sieht, dann darf ich das nicht. Wenn man von denen auskommt. Die sind Minus 2 Quad, das ist ja nicht so gut drauf. So, an, trockenes Platz. Schauen wir seine Worte. Immer aufdrucken. So, vorwärtsch. Sehr, natürlich. Ich kann jetzt vielleicht noch was rausnehmen, oder? Nee, das Sprawling bringt. Das Meister. So, das Schwung. Also Klee ist wirklich ganz, ganz krass. Ich, ich hole jetzt Klee. Ey, so leicht? Ich mach trotzdem erstmal meine Worte. Dann geh ich Klee holen. Ich brauche Klee, also muss ich Klee holen. Und ich hab eine Worte gebaut. Wo soll ich die eigentlich hinstellen? Überliebend. Warum drüben? Nee, ich brauche noch an der Ecke. Wie kannst du denn machen? Und was machen wir da rein? So brauche ich. Ja, du brauchst ja im Moment sehr viel Steine und Zement, ne? Ja. Dann machen wir das. Weil ich brauch viel Stau. Und dann schmerzt man halt jetzt hier in einer, wo Steine betreiben. Gehen bitte. Und dann weiß ich hier. Also nee, das stimmt jetzt. Ähm, das stimmt nicht. stein läuft ich habe auch keine gebrochenen ja dann kann ich ja losziehen und mal den Fuß brechen gut gut so dass man keinen Schaden kriegt wenn man durch die engen scharfen Kletter durchschneift ich wollte die Sicherheitshalber noch setzen die durch das Leben schrauben und dann sind die Playtraps weg ja naja der Rest ist schon ärgerlich links links hier hier ganz nah hier ja hier 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 das ist so nice das ist so seltsam das ist so Ich hoffe, da ist das recht. Ich hoffe, wenn ihr sonst von mir kommt. Dann erschrecke ich wieder und... Dann stütze ich mich einfach im Boot. Ich bin dann unten ein Problem, dass meine Sachen einsammeln. Da liegt schon ein Trudel-Zombie. Oh! Hm, kein Nächsterfall. Gibt es gerade oder gibt es schon noch? Gibt es gerade so ein hässlicher Zombie, so hässliche Geräusche macht. Wenn ich mir irgendetwas von hinten anspringe, wenn ich mir zu tot erstecke. Lieber nicht. Der steht am Ende schnell nur zum Zündermuch. Ich bin dann sicher noch der Wärme. Es ist einfach nicht. Ne. Oh, wie kommen wir nach? Es ist gar nicht so. Warte! Darf ich also sein, dass du ihn... Das ist gar nicht so. Das ist gar nicht so. Ich bin schon wieder dran. Ich bin jetzt noch wieder. Oh! Das ist noch ein bisschen. Ich bin schon wieder. Also, ich würde jetzt mal langsam wieder zurück. Und so. Ja. Ich muss ja das mal sein. 10.000, 12.000, ich dachte schon. Ja. Jetzt können wir nachts draußen bleiben. Gut, Tritonalin läuft wieder runter. Ich habe... 18... 22.000. Das wird doch wieder reichen. Obwohl, na gut, man weiß ja nicht, wie schnell die... ...wie schnell das gefressen wird, weder von unseren Schmieden. So. Oh, wo ist da alles? Da ist niemand viel drin. Ich traue mich aber auch nicht mehr reinzutun jetzt. Also maximal, weil... ...das ist dann einfach mal weg. Aber ich glaube irgendwie, wenn die durchlaufen, dann scheint das zu gehen. Sowie nur, wenn man die anhält, dann scheint irgendwas... ...dann stimmt irgendwas nicht. Und wie sind sie die eigentlich? Ich meine, wenn wir... ...Pausen machen, also wenn wir... ...nicht spielen... ...und die ausgehen, die Purchase, ...und dann... ...wir wieder neu anfangen. Dann scheinen die ne Macke zu haben. So, dann machen wir mal reinkugeln. Oh, sehr schön. Dann machen wir das. Hier gebe ich mal Cement in Off 2. Es geht... ...den, dem, dem und das. Das geht gleichsam mal hin. So. Überflüscht es dir... ... damit... So, mal gucken, wo ich gerade jetzt hier ist. Ha! Weitere 6 Traps hatte ich. Zeig mal brauche... ...ist fast so viele. Das kann ich noch machen. Und dann brauche ich... ...die schronigen Pauzes und die... Okay, die war ja auch gerade gemacht. Ich wollte es doch so lassen, dass es... ...einschalten, dass... ...bei normalen Tagen ist es halt klar. Ja, gut. Aber gut, okay. Naja, aber was ist, wenn eine große Wanderhorde kommt? Eine kleine Wanderhorde und fertig. Hm. Dann wisst du aber nicht, was in der Wanderhorde mitweist mitkommen kann. Das ist... ...machst du halt irgendwie das Zweed zu finden. Und dann bleiben wir auf den Wanderhorde, oder? ...und dann bleiben wir auf den Wanderhorde. Also... ...wir haben genug Stein, um jede Menge Beton zu machen. Das dauert halt, ne? Ja. Das ist doch Sand noch. Aber Sand haben wir auch genug. So Sand haben wir ja... ...da brauchst du auch keinen Sand machen. Das reicht noch ne Weile. Ja, also das Eisen getrunken ist. Mhm. Könnt' ich ihr überlegen, noch... ...noch ein Zementenschutz zu bauen. Dann brauchen wir jetzt die Luft rein. Okay, ich hab da ein Zementstück. Ja, das reicht damals genug. So. Was machst du jetzt eigentlich? Baust du die Außenwand? Oder? Ich baue jetzt unbebauen. Wenn du einbefangen hast. Die Außenwand. Ach, du baust echt schon die Außenwand? Oh. Wow. Okay, das ist... Das ist nicht wunderbar. Warum? Juuu. Ich bin schon gespielt. Ich bin nur dabei, die Innenwände sind erstmal wichtiger. Weil... Wenn die Außenwände nicht stehen, dann passiert nicht so viel. Ja. Aber wenn die Innenwände fehlen, dann kommen die Zombies... Also die Kletternden kommen ja dann rein. Aber schon erstaunlich, wie du da schon gebraucht hast. Cool. Cool, also. Ja, du kannst doch keine Falle sparen. Ich würde dich da nie von abhalten. Mach Teeter und wähle auf den Kletterneen. Ich würde mich da sein. Du kannst dich da nicht schicken. Chéu. Mach Teeter und warte vor. Und warte Zeit. Und das? Ich weiß nicht, ob wir irgendwelche Fenster machen müssen oder nicht. Mit Iron Pass? Ich guck's nochmal. Das ist ja extrem besetzt. Du weißt ja nur, dass man mal hier einen Garten baut und dann... Eine Ahnung. Ja klar, kann man machen. Oder weiter oben. Ja, aber was wüssten wir hier unten machen? Was ist denn da ein Hund über zum Platz? Ja, und das ist ja eigentlich von uns weinem dann. Also hoffen wir machen das jetzt so. Ich zieh mal kurz ab. 1, 2, 3, 4, 5... Was? Das bist du im Weg. 2, 3, 4, 5, 6. Du tust einfach aller 6 Felder, also jede 7. Etage einziehen. So. Genau und unten, ne warte mal, den Rest kannst du ja lassen. Also dann mal bitte 3 Felder freilassen und den Rest kannst du wieder zubauen. Also verstehst du 3 jetzt, äh... Nein. Die zu bauen? So, warte ich... Ich werde hier noch ein bisschen einstellen im Moment. 3, 3, 2, 2, Stuhl. 1, 2, 3... So. Hier baue ich den Fenster rein. So, das ist... Das noch zu. Und dann da irgendwo das Holz erfüllt, auf der... Na? Wo komm ich denn hin? Jetzt ziehst du eine Decke rein. So, siehst du das? Ja. Und das kannst du jetzt bis oben wiederholen, das Schema. Dann haben wir hier... Ein paar Räume, wo man dann halt was anpflanzen könnte, oder auch nicht. Das kannst du ja immer ringsrum bauen, dann hast du genug zu tun. Mhm. Achso, ich hab kein Beton mit, also... Ich kann immer so ein bisschen Erde zu... Oh nein, das hab ich da nicht mitgebracht. Komm, jede Menge Dürmer. Boah. Stimmt, Schemiestation. Achso, Nitrat. Hast du Nitrat? Nee, hast du den hier, oder? Nein, nein. Hast du den hier? Ich kann schon nicht mehr. So. Ich glaube, das dauert was, wenn wir beide das Pläne was wieder raus holen können, was essen ist. Aber ich geh jetzt ein bisschen mit raus holen. So, ich hab mal die Tür fertig. Ja, die kann ich jetzt einsetzen. So, ich hab mal die Uhrzeuger... Da. Das mach ich mal daneben zu und brauche dann die Tür richtig. Mhm. Achso. Ich hab mal zu schlecht. Beton mitnehmen. Ich b Turm. Da-da-da-da-da-da. Dah. 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 zin dad. Sudd darauf ist das... Et, je fonctionne wieder. Woolshut... Okay. Passt jetzt ne Tür auf. Ja, noch ist alles offen. Das werden wir hoffentlich in den letzten zwei Tagen sind oder zwei Tage. Hoffentlich noch schaffen. Ich vermisse, du haben das. Boah, wir haben hier unten alles auf Stahl aufgewertet. Ich hab oben die Playtrams hingebaut, die werde ich auf jeden Fall bekommen. Komm, das funktioniert diesmal. Du kannst ja dein Mini-Bike schon mal auf ne Fluchtrude parken und wenns dann so schlimm ist, dann passt er weg. Das ist doch schön. Gut. Okay, das dauert ernst. Ist nichts mehr drin. Hier ist nichts mehr drin. Tja. Ich würde fast gleich sagen, ich gehe dann mal... Oh, das ist auseinanderschrauben. Jetzt muss ich noch mal aufbauen. Jetzt muss ich noch mal aufbauen. Und jetzt muss ich noch mal aufbauen. So, ich bekomme mir das vom Atom aufbauen. So, die ist noch nicht mehr drin. So, wie der neuer Tag ist, kann ich mir die restlichen Playtrams hinter? Oh, das ist schon geiler Moment, da kommt ein Zombie in unserer Basis. Äh, warte mal nicht. Hä, warte mal. Ne, wir rufen. Dann vorbei. Mach es nicht aus. Nö. Dann musst du das anbauen. Kann man von dich dann? Das ist ja eine ganze Ruhe anbauen, oder? Warte mal, da muss ich doch jetzt mal hier... Hey, die graben da rum. Und machen das kaputt. Na. Du musst doch mal hier denn was anschreiben. Das ist ja... Das ist dann Quattro... Quattrofolie. Da lebt doch was. Da lebt doch was. Einmal ein Schnetzel der Rote bitte. Kommt da noch jemand? Lass mir doch hier nicht alles zerlegen, was ich gerade erst abgebaut hab. So. So. Stimmt, ich gehe näher kaputt. Das ist... Blöd. Ach. Dann bin ich dabei. Ne. Wahrscheinlich damit nicht rechnet. So. Ich frage, wieso haben die die angegriffen? Die wissen eigentlich gar nicht, was das ist. Jetzt sind noch Zombies. So. Jetzt fehlen hier noch... Keine Ahnung, drei Stück. So. Ich werde da noch ein bisschen Strom einschließen müssen. Ist das jetzt? Franz. 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 Und jetzt bin ich da. So. So. Ich hab's nicht mehr so verschleppt. War's nicht mehr so wirklich. Ja. So. So. aí Da ist jetzt rein. Was ist los? Ich hab ja nichts mehr. Na dann tut das ja gut. Sind auch schon am Ende. Schließt sie jetzt noch an und dann... Dann sind wir schon wieder bei anderen Episoden. Beziehungsweise Folgen am Ende. Schließt sie jetzt noch an und dann... Schließt sie wieder. Ah. Es ist klar. Sieht doch wunderschön aus. Sieht doch wunderschön aus. Nur so weit reicht. Nein, ist so weit. Hätte ich gut geschätzt. Okay. Wenn wir uns mal anschließen können... Ich auch. Nee. Okay. Ich muss sie jetzt noch mal anmachen. Da laufen ja alle. Ich schätze mal haben wir eine gute Power. Ja. Okay. Na dann ist ja klar. Ganz viele Small Angels suchen. Okay. Danke fürs Zuschauen. Und machts gut bis zum nächsten Mal. Bye bye. Bye bye.